Hallo und willkommen bei Hardware Rad. In diesem Video das Update des 700 Euro Gaming Computers Januar 2015. Als Prozessor der Incel Core i5 4460 mit 4x3,2 GHz. Er hat einen Turbo-Takt von 3,4 GHz, 84 Watt TDP und eine integrierte Grafikeinheit. Er reicht natürlich für alle derzeitigen Games locker aus und sollte für Gamer die nächsten 2-4 Jahre dicke ausreichen. Und dann als Kühler der EKL Alpenfön Sela. Er ist mit dabei, da der mitgelieferte Prozessorkühler ziemlich laut ist und dieser Kühler den Prozessor besser kühlen kann. Und als Mainboard das ASRock B85M Pro 3 mit dem Intel B85 Chips hat. Es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR3 RAM-Bänke, Pisa Express 3.0, ein 5.1 Soundchip und am IO-Panel 2x PS2, VGA, DVI und HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors. 4x USB 2, 2x USB 3, eine LAN-Buchse und drei 3,5mm Klinken für den Soundchip. Als Arbeitsspeicher 8GB Gushel Ballistic Sport, DDR3 1600 und CL19 recht flott. Es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann in dem Dual-Channel-Modus betreiben und 8GB sind derzeit für Gamer mehr als genug. Dann als SSD die 128GB Gushel M550. Es ist eine überdurchschnittlich schnelle SSD und 128GB reichen aus für das Betriebssystem und alle Programme. Als Festplatte die 1TB Seagate Desktop HDD. Es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und 1TB sollten für die meisten unter euch dicke ausreichen. Dann als Grafikkarte die 3GB Sapphire Raiden R9 280X. Diese Version hier wurde übertaktet, trotzdem sollte sie dank ihrem sehr großen Kühler recht leise sein. Mit ihr sollte man die meisten Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Außerdem gibt es von AMD noch drei Spiele gratis dazu. Als Netzteil das 450W Kühlermeister G450M. Es ist modular, was heißt man kann die Kabel abnehmen, die man nicht braucht. Und 450W sind für den PC mehr als genug. Dann noch ein DVD-Brenner von Samsung. Und als Gehäuse das Sharkoon VG4W. Es ist ein blau leuchtendes Gehäuse mit Platz für sehr lange Grafikkarten. Außerdem sind zwei 120mm Lüfter schon vorinstalliert. Aber natürlich dürft ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als zwei Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen. Dort dürft ihr den jeweiligen Link klicken. Diese für dich immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.